Hier ist wieder euer Sonne3000 Team, heute am Haus am Spreebogen in Fürstenwalde. Und wir haben heute über 60 Personen, die gerade eintrudeln. Die werden sich jetzt in mehrere Teams aufteilen. Unter anderem werden die hier das Stelzendreieck Riesenski, Baumstamm nageln, Leitergolf und vor allem auch unser neues Eistockschießen absolvieren, Punkte sammeln, Spaß haben, Musik hören, Glühwein trinken. Und ja, ich hoffe, wir haben heute eine schöne Zeit, da kommen sie auch schon. Hallo und die müssen wir erst mal warm kriegen, aber kriegen wir schon hin. Jetzt geht's los, wir freuen uns und wir sehen uns. Tschüss.